Perücken-Trendsetter ist Ludwig XIV. Der Sonnenkönig will eigentlich nur seine Glatze verbergen. Doch unter europäischen Herrschern wird die sogenannte Allonge-Perücke schnell zum Markenzeichen. Nicht nur der Adel, auch das Bürgertum eifert dem Trend nach. Stände und Berufsgruppen entwickeln ihre eigenen Formen. Je niedriger der Stand, desto schlichter und preiswerter fallen die Perücken aus. Über 100 Jahre sind sie das Erkennungszeichen für den sozialen Status eines Franzosen.